so guten abend sabine und die haben die ehre jetzt eine neue serie von live sendungen mit kreativen menschen mit schönen menschen und heute haben wir beginnen wir eine serie mit den titel normal oder schöpfer talk mit unternehmer sebastian schlögl und die webseite die kennt ihr natürlich unten aussehen und das wird immer unten eingeblendet und einfach ganz easy ganz locker man kann natürlich im chat auch mit frage stellen mit dabei sein und ich freue mich eben so einfach mit menschen einfach zusammen zu sein die erleben leben die initiative haben die mut haben die sich freuen neues zu entdecken es muss nicht immer die berühmten und die größen sein und ich blende jetzt euch das bild vom unternehmer sebastian schlögl wir grüßen dich willkommen hallo aus weißenburg grüße nach leipzig sabine hallo ich kann euch aber leider nicht sehen ok ok die kamera mit dem wir senden ist eine andere das ist nur weil eine kamera kann nur ein programm bedienen also was du jetzt siehst ist nur für dich ok ok ja eben für mich ist es einfach wie wenn wir im wohnzimmer wären einfach dass wir ich freue mich über dich zu erfahren ich freue mich menschen kennen zu lernen wir kennen uns schon länger kannst du das gleich eben vielleicht ich vorstellen und ganz easy ganz leicht und so dass die menschen auch mut bekommen auch den eigenen weg zu gehen und du hast natürlich deine geschichten du bist deinen weg gegangen und ja freut mich wie du von ja von so wie alle anderen in der situation bist wo du nicht weiß was du tun sollst und plötzlich bekommst du ideen initiativen impulse die folgst du und deswegen diese sendung sind einfach mut machen einfach eigene intuition eigene wahrnehmung eigene impulse zu folgen und deswegen freue ich mich einfach ganz easy ganz leicht einfach ein talk mit ihr zu haben um das und dann später einfach zu sehen was du entwickelt hast ja also ich war in vielen unternehmen tätig dort auch in leitenden positionen und irgendwann habe ich gemerkt dass mich das ganze nicht erfüllt und dann habe ich mich nebenher selbstständig gemacht habe mich für das internet begeistert und interessiert und habe daran nebenher angefangen ja mich mit webdesign suchmaschinen optimierung und so geschichten alles was das internet angeht mir das selbst anzueignen zu suchen über google und das das und das zu probieren und ja das hat vor 2004 hat das angefangen das habe ich dann nebenberuflich habe ich das dann gemacht neben meinen normalen neben der normalen arbeit und irgendwann kam dann auch mal der punkt wo ich dann gesagt habe so jetzt reicht es ich arbeite jetzt nur noch für mich selber und bin dann auch mit mit eu mitteln in die selbständigkeit gefördert worden und habe dann mir meine firma also ich habe noch eine firma die heißt in ranking de habe mir dann da über ein gründer forum habe mir dann da meine kleinen kunden gesucht und habe dann in meinem kleinen universum sozusagen mir dann das stück für stück aufgebaut und das ist dann immer immer weiter expandiert und größer geworden wie sind diese impulse gekommen was zu machen woher kommen diese impulse also du hast gesagt du hast angefangen dich für computer zu interessieren interessieren wie geschieht so etwas naja das hat damit zu tun dass ich schon mit sechs jahren vor dem ersten schneider pc meines vaters gesessen bin da war windows 1.0 drauf und eine gewisse affinität zu pcs ist einfach das steckt einfach in mir und meine laptops und meine pc sind halt so mein heiligtum sozusagen und ich liebe halt einfach mich begeistert ist wenn ich zum beispiel webdesign für meine kunden machen der kriege ich als rückmeldung super hingekriegt und heutzutage mit html5 und so weiter ist ja schon so viel möglich und es gibt so viele möglichkeiten und mir macht es einfach spaß ich finde da mehr befriedigung drin aus meiner eigenen kreativität die ich ja in einem normalen berufsverhältnis nicht so an den tag legen kann weil alles limitiert ist durch dementsprechend vorgaben restriktionen anweisungen hier kann ich die kreativität nicht so ausleben wie ich das jetzt heute kann und deswegen war diese entscheidung sich selbstständig zu machen und diesen weg zu gehen richtig der weg war allerdings auch steinig und schwer und erfordert auch ein gewisses maß an durchhaltevermögen das so wie bei ice age mit dem mit dem eichhörnchen und der nuss ja als unternehmer braucht man auch gewisse fertigkeiten und auch einen gewissen mut man darf von seinen leistungen und von seiner von seinen fähigkeiten überzeugt sein wenn man sich die angeeignet hat und dann darf man diese nach außen tragen und das das beste für mich ist dann immer die rückmeldung und die befriedigung auch wenn der kunde zufrieden ist und das ist das was wirklich also wo wirklich mein herz doch 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 das ist für mich das schönste das ist erfüllend und das ist dann eben auch diese schöpferische kraft und diese kreativität die ich hier einbringen kann auch in verschiedenen projekten und in verschiedenen ideen und das ziehe ich jetzt schon professionell seit über ja so acht jahre durch das heißt der hauptimpuls war kommunikation etwas gestalten was eigenes praktisch dein selbst zu entwickeln und zu erforschen was ist html5 html5 ist die html5 ist die anpassbarkeit von webseiten auf alle mobilen endgeräte also auf iphone tablets alle arten von bildschirmen alle arten von browsern das heißt die webseite passt sich automatisch ans iphone ans tablet an alles mögliche an das ist halt eben die noch die noch also ich mache nur die neueste generation auf html5 webseiten dass das auch im smartphone und im tablet immer gut ausschaut woher die mobilen nutzung über über iphone wenn jetzt jemand irgendwas sucht dann nutzen viele nutzen das handy wir sehen das auch in unseren statistiken dass die mobile nutzung ungefähr 30 bis 35 prozent beträgt und da wird auch unsere webseite oder unsere webseiten oder die webseiten unserer kunden immer optimal dargestellt das ist eine html5 ist eine programmier angelegenheit und ja das ist die grundlage also etwas was und dann hast du ich sehe einfach fotografen shop system dann bist du einen speziellen weg gegangen ja das war eine millisekunden entscheidung also das war sozusagen im gehirn ein aus der not heraus geboren eigentlich oder zufall intuition wie auch immer auf jeden fall meine frau ist ja fotografin baby und kinder fotografin sie macht das jetzt seit eineinhalb jahren sie macht das inzwischen sehr sehr professionell kann man ja auch mal kurz die url nennen unter sabbys.de sind wir hier im umkreis tätig und machen oder meine frau macht shootings für neugeborene und für kinder schulkinder und familien fotos und dann hat sich uns die frage gestellt wie wie bringen wir jetzt diese shootings also diese bilder wenn die fertig sind wenn der kunde weg ist und die bilder bearbeitet sind wie bringen wir das zum kunden und mit den lösungen ich möchte es mal so ausdrücken mit den lösungen die wir jetzt an oder vor eineinhalb jahren am markt vorgefunden haben waren wir nicht zufrieden nicht einverstanden kam für uns nicht in frage und wir wir bestellen unsere fotos bei einem fotolabor in dresden pixel foto express und da sagt dann meine frau aber pixel foto express hat kein fotografen shop system und in diesem moment macht es im gehirn tag der sebastian runter ans telefon pixel foto express haben wir alles angerufen sehr nette leute mich mit dem laborleiter unterhalten habe gefragt wie schaut es denn aus können wir da was machen sagt ja klar machen wir und dann haben wir in der zeit von ja 14 monaten das war eine harte zeit haben wir also das ganze so entwickelt und designt dass wir jetzt heute auf einem stand sind wo die fotografen ihre fotos einfach nur hochladen auf ihren webspace also fast pixel ist eine einzelplatz version software die man kaufen kann einmalig zu einem einmaligen preis es fallen keine weiteren gebühren an zur nutzung es sind zwölf monate updates mit dabei und man lädt die bilder hoch legt einen kunden an schickt ihm die zugangsdaten dann kann dieser kunde seine galerie sehen und kann praktisch die bilder auswählen und dann kann er aus den produkten auswählen dieses bild möchte ich in 13 x 18 dieses bild möchte ich größer dieses als leinwand als poster und so weiter und so weiter dann geht er den ganz normalen bestellprozess durch mit rechnung zahlung versand bestellübersicht enter ist bestellt dann bekommt der fotograf und der kunde bekommt jeweils eine bestellbestätigung und wenn das geld auf dem konto des fotografen eingegangen ist drückt der fotograf in seinem admin bereich auf einen pfeil und dann wird diese bilder bestellung an pixel foto express übertragen per schnittstelle das geht vollautomatisch und je nachdem was eingestellt ist kommen die bilder zum fotografen oder sie werden per sogenannten white label versand im namen des fotografen mit seiner rechnung an den kunden geschickt und der kunde erhält seine bilder schön genau das heißt man spart sich dahin zu laufen und dahin zu schreiben und vieles zu besprechen sind praktisch kunde und künstler einfach auch verbunden ja ja ok kannst kurz sagen ich mache muss den usb kamera kurz noch mal reinstecken ne mhm so ok ich muss mal ein bisschen meinen mund anfeuchten und sage ja zu wasser ja ist eine menge arbeit gewesen also wir sind im märz gestartet und haben auch in zusammenarbeit mit unseren ersten kunden die software dann auch wirklich verbessert und wir sind also wirklich auf einem guten stand und wir arbeiten eng wir sind kunden wir sind am fotografen interessiert was er will also so wie er perfekt arbeiten kann so passen wir uns und fast pixel an die bedürfnisse des kunden an und für uns zählt eigentlich nur ähm dass der fotograf mit fast pixel seinen umsatz macht und die kreativität die er in seine bilder legt dass er da das maximum an umsatz wieder rausholt das ist eigentlich unser ziel ok und wer ist fotograf was bezeichnest du als fotograf das können hobbyfotografen sein landschaftsfotografen porträtfotografen hochzeitsfotografen für kinderfotografen die kindergärten ähm nur machen oder reine fotostudios ähm auch leute die das zum spaß machen habe ich auch kunden die das einfach unser system nutzen also ich auch im prinzip auch aber es ist halt alles mit einem dementsprechenden ja schon umsatzbezogenen also das ist eine umsatzbezogene geschichte also das ist mit bildern geld verdienen ja das heißt ich könnte auch bilder auch laden und wenn den leute gefällt können sie auch verkauft werden ja das ist diese thematik die du da ansprichst das ist die thematik öffentliche galerien wir haben das schon in der planung das wird in den nächsten wochen umgesetzt das heißt im moment ist ist das ganze nur intern sichtbar in zukunft wird es so sein dass auch der fotograf auf seiner homepage wenn zum beispiel ein landschaftsfotograf oder ein tierfotograf oder was auch immer wenn der schöne fotos hat und er möchte diese als sogenannte stock fotos verkaufen dann kann er diese als öffentlich markieren und dann kann er einen shortcode auf seine homepage einbauen und dann werden diese bilder öffentlich zum verkauf dann dementsprechend dargestellt also das kommt noch das kommt noch so weit sind wir noch nicht aha ok also wir haben wir haben wir haben auch was fast pixel angeht wir sind noch lange nicht fertig wir haben dermaßen wir kommen da teilweise gar nicht hinterher von anfragen und und dingen aber wir haben unser schönes system in dem wir unsere pläne haben die dann stück für stück abgearbeitet werden und das wird immer besser und als nächstes haben wir geplant ein plugin also unsere software ist plugin fähig also erweiterungsfähig man kann sogenannte plugins kaufen und das nächste plugin wird das shooting pakete plugin das von vielen fotografen angefragt wird und die schon danach die wirklich nachts nicht schlafen können und sagen wann sind sie endlich fertig aber das ist in der programmierung und in allem ist das alles nicht so ganz einfach ist es auch dann unterliegt auch einer gewissen test und qualitätssicherung aber wir werden auch diese dinge auch die öffentlichen galerien das wird alles kommen demnächst in den nächsten wochen wird das alles kommen bis hin zum bis hin zum weg der vollautomatisierung aber dazu möchte ich noch nicht viel sagen weil das ist eine sache die ich dann auch auf der webseite durch eine entsprechende präsentation wenn es soweit ist dann dann veröffentlichen werde wie gesagt dazu möchte ich noch nicht so viel sagen weil das das darf eine überraschung für unsere interessenten und unsere kunden werden ok schön und dann werden irgendwann dann auch video kommen richtig das ist der nächste punkt ich habe bis jetzt den punkt videos etwas vermieden es gibt dokumentationen schriftlich womit unsere kunden zurecht kommen nur unsere software hat sich so rasant entwickelt wir haben innerhalb der letzten vier monate über 96 updates gefahren also im hintergrund also offiziell sind 46 in offiziell sind 96 also das sind wirklich viele sachen dazu gekommen und update funktioniert bei uns so im admin bereich drückt man einfach den bereich update da steht letztes update herunterladen letztes update installieren zack hat man die neueste version wir wollten das easy locker machen also wird ernst aber es ist auch ok weil das ist da es ist jetzt eine andere aufmerksamkeit dadurch dass wir das jetzt live machen ist immer eine andere aufmerksamkeit und das finde ich einfach schön weil dann kann ich folgen und kann ich einfach auch das gefühl vermitteln so was du was deine absicht was deine kompetenzen was deine begeisterung ist in dieser arbeit und das finde ich gut was macht dir spaß in der arbeit in diese ich meine du hast viel gearbeitet nächte ich kenne dich um vier uhr nachts dann skypest du mich noch an und so das waren die zeiten damals wo wir in bayern waren wo du da ja noch am nicht wissen wird was oder wird nichts oder so ne ja das ist richtig ja ja also da waren schon also mit fast pixel waren dann 18 19 stunden waren dann ähm ich darf das kurz erwähnen also alles was man homepage technisch sieht video technisch sieht suchmaschinen optimierung technisch sieht vom logo von der marke von den ganzen ganzen drumherum das ist also komplett da oben raus und dann darf ich auch noch hier meine zwei programmierer meine zwei top leute den daniel leicht und den josef nano ähm für ihre arbeit wirklich wirklich loben sie machen einen wunderbaren job sie finden für alles eine lösung und da habe ich zwei programmierer zwei junge programmierer zwei junge motivierte programmierer gefunden die genauso ihren spaß einbringen ihren willen für den kunden das so zu gestalten und das ist einfach wunderbar und wir sind ein tolles team und arbeiten da gut zusammen nochmal um auf den spaß zurück zu kommen der spaß entsteht dann wenn ein kunde eine testversion bestellt zum beispiel es gibt die möglichkeit in unserem shop eine testversion zu bestellen für 14 tage ich lasse sie auch gerne länger stehen wenn der kunde anruft und sagt hey ich will das noch ein bisschen probieren das ist kein thema und das letzte mal hat ein kundin zu mir gesagt schlögel das ist genau das was ich seit jahren gesucht habe und da ist natürlich das geht natürlich runter wie und das ist die motivation das ist das was mich antreibt oder wenn der kunde sagt ja schönes schönes system funktioniert super und haben sie gut gemacht und so und einfach diese kunden rückmeldung von dem punkt an wo praktisch vom urknall an bis heute bis jetzt bis man diese kunden diese fotografen am telefon hat und bekommt eine positive rückmeldung das ist einfach das was mich antreibt und das ist eigentlich das was ich dann da auch will ja also das ist das was ich wollte ja einfach eine lösung zu schaffen eine befreiung zu schaffen für dieses problem oder für die für diese für diesen sachverhalt eine dementsprechende lösung anzubieten und fast pixel ist immer auf auf freiheit angelegt es ist es unterliegt keinem zwang ja das war mir auch wichtig dass es das ist kein zwang und vor allem nach meiner wahrnehmung ist es deine frau gewidmet die den impuls gegeben hat und das ist auch aus liebe entstanden das ist auch aus liebe entstanden und da gab es auch viele diskussionen das muss so sein das muss so sein und wir haben uns da auch manchmal ja das war manchmal nicht ganz einfach aber wir haben uns dann wieder zusammen gerauft und haben dann wieder lösungen gefunden und das hat uns auch dann zusammen geschweißt und da sage ich auch noch mal danke an meine frau die auch auch aus ihrer sicht als fotografin uns auch immer ein bisschen den weg gewiesen hat und da auch mit geholfen hat das war also auch wirklich ganz toll ja dankeschön sebastian eben diese entspannung die du jetzt wo man von dir fühlt diese liebevolle ausstrahlung das folgt natürlich viel suche eben die 16 stunden 14 stunden täglich entspannt hat auch mit schöpferkraft zu tun ja natürlich die schöpft die schöpferkraft die steckt natürlich in mir also alles was man so denkt findet man dann so in seinem jetzigen leben vor und unser titel ist ja normal oder schöpfer und der schöpfer beginnt halt dann wenn seine visionen in die realität umbringt also praktisch einbringt und sie verwirklicht und man sie greifbar macht dann ne schön das heißt vielleicht das nächste mal können wir schauen wie man in diese entspannung geht wie du in diese entspannung kommst und was du für dich machst wie du auch deine rhythmen für ein erfolgreicher tag gestaltest ne einfach das sind die kleinen sachen wo einfach auch jeder ein bisschen für sich macht um sich aufzuladen und sich zu entspannen und zu genießen und pausen zu machen um wieder neues zu erfahren und zu erschaffen jo ich danke dir sehr ganz schön ganz schön ich danke okay dann wir hören uns und sonst bis nächste woche liebe zuschauer wer noch fragen hat das video wird dann aufgeladen in zwei eine mit dieser qualität wo wir senden und eins in full ad und ihr kennt auch die fragen in das in das experten gtv in youtube da überall wo das video erscheinen wird ist auch sind auch die link unten gerne auch die webseite von deine frau und ansonsten wenn ihr noch fragen habt schreibt uns oder schreibt direkt in sebastian schlegel und danke für eure aufmerksamkeit bis nächste woche tschüss 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 tsch